Willkommen Willkommen zu einem weiteren legendär abgedrehten Let's Play. Wir spielen heute gemeinsam die irrsinnige Geschichte von High on Life. Ein Spiel, das von den Machern von Rick and Morty ist. Es ist abgedreht. Wir spielen einen Kopfgeldjäger, der sprechende Waffen besitzt, reisen durch eine abstruse Galaxie und werden dort allerhand Viecher erledigen. Das Spiel sieht sehr, sehr geil aus. Ich bin darauf gespannt. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Wir starten jetzt direkt ein neues Spiel. Es gibt deutsche Untertitel, aber das Spiel ist komplett auf Englisch. Und nein, es gibt auch keine deutschsprachige Version. Wenn ihr mich unterstützen wollt, bewerten und kommentieren. Und wenn ihr selber das Spiel haben wollt und ein bisschen sparen wollt, Link dazu in der Videobeschreibung Instant Gaming. Dort gibt es das Spiel ein wenig billiger. Und wir starten jetzt. Auf geht's. Alter, mein Scheidungsanwalt. Okay, ich glaube, es wird richtig abgedreht. Double Jump? Oh, shit. Ich bin sorry, Buck. Ich habe vergessen. Es ist kein Double Jump. Es ist ein Crouch. Wir müssen versuchen, Crouchen. Buck. Fucking Scheduling und Scoping. Bullshit. A fucking Crouch prioritisiert über ein Double Jump. Wer ist das? Wer sind diese Leute über uns? All right, das ist ein guter Crouch, Buck. Das ist ein guter Crouch. Gut, gut. Gut, gut. All right. Fucking Scoping und Scheduling. Bullshit. Fucking Double Jump. Nicht mehr als ein Crouch. Wer ist das? Fuck. Stay sharp, Buck. A bunch of your ex-wife's new alien boyfriends. There they are. Come right after. Just shoot them, Buck. You'll remember how to shoot them. That's what I'm talking about, Buck. Kill those fuckers. You're the man. I love you, Buck. You're so fucking cool. Oh, I'm so excited and lit up to be your divorce attorney. You have no idea. You're my favorite client. Hurry, Buck. Just open that door. It's so fucking easy. Just press the right button. This is just the tutorial part. It's easy. It's the easiest part, Buck. It's the beginning. Oh my God, Buck, you did it. You opened the door. You're a fucking genius. You are my favorite client. It's me, by the way. You're a divorce attorney. Don't forget. I'm Bill, you're a divorce attorney. Let's go. Let's get moving. Let's defeat your ex-wife. Also, die Story fängt gut an. Fängt gut an, ne? Ich bin gespannt auf das Spiel. Ich glaube, es wird ein witziger, irrer Trip. Fuck, Bill here. You're a divorce attorney. Let me tell you what's going on. An alien spaceship landed in your ex-wife's backyard. She fell in love with the leader. And it turned out, they're all a hive mind. So, she's fucking all of them. What are the odds? I know, that's probably what you're thinking. But just get out there and kill them, Buck. That's all you can do. Over and out. Ja, ich bin leider immer noch erkältet. Deswegen ist die Stimme nicht ganz so fit. Verzeiht mir, aber... Ja, geht schon. Was muss, das muss, ne? Zocken ist wichtiger als Leben und gesund sein. Ich bin am Zocken. Geh weg. Ich muss meine Ex-Frau aufhalten. Die Galaxie retten. Ich bin am Masturbieren. Oh. Ballert die sich gerade Koks rein? Yo, ich bin acht. Ich glaube, ich glaube, Oliver's boyfriend hat es gekauft. Das ist, was, die sind wirklich nicht richtig für sich. Skylar sah sie in der Circle K in der letzten Woche. Ich wünsche, dass ich da war, weil ich liebe, die Leute zu kämpfen. Aber sie wissen das nicht. Ich meine, sie wissen das, aber wir agieren, wie sie es nicht wissen. Aber ehrlich gesagt, es ist wirklich obvious, nur aus dem Augenblick zu sehen, dass sie sich nicht mehr lieben. Okay, bist du fertig? Ich dachte eben gerade, wir wären so ein kleines Kind. Weißt du, der jüngere Bruder. Irgendwie so neun oder zehn Jahre alt. Hier in dem Mangelion. Da bist du auch in der richtigen Stimmung. Du siehst weird. Du kannst das sehen, richtig? Ich bin nicht verrückt. Ich glaube, du bist voll drauf. Ich bin, äh, Toby McGuire. Die amerikanische Jugend, ne? Was soll man dazu sagen? Crazy. Schick. Sieht grafisch irgendwie cool aus. New Sheriff. Bean Dad. Space Elephant. Mind Nerd. Ja, geil, Mann. Unser Hund. Oma und Opa. Ha. Mom told me, I was in charge. She did it in secret, so it wouldn't hurt your feelings. And Dad said that he flat out doesn't love you. It was actually pretty messed up. Alles klar, sehr gut. Mom left you a note on the fridge. Go read it. Then come meet me outside. I need your help grabbing party shit from the store. Okay, meine koksende große Schwester. Okay, meine koksende große Schwester. Äh, hallo Liebling. Es wäre schön gewesen, wenn du runtergekommen wärst, um dich von deinem Vater und mir zu verabschieden, bevor wir gegangen sind. Wir hoffen, du weißt, dass wir dich sehr lieben, aber wir können dich nicht weiter unterstützen, wenn du den ganzen Tag nur rumsitzt und Videospiele spielst. Du sollst dem Beispiel von Lizzie folgen. Kokain nehmen. Sie wurde bereits an drei tollen Schulen angenommen. Ich hoffe wirklich, dass du dich zusammenreißen kannst. Warum überlegst du dir nicht einen Plan, bis wir zurückkommen? In Liebe, Mama. PS. Nimm mir Drogen und Vögel mehr rum. Du bist ein fucking Teenager. Okay, Mom. Hm. Ja, Lizzie ist ja auch so ein tolles Vorbild. Lizzie hat schon wieder Nasenbluten. What? What? Ja, klar kann ich die verstehen. Es ist Mr. Pilfrey. Er hat das, ähm, was ist es so? Ähm, Dementia. What's going on out here? Martha, is that you? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. What did they just do to Mr. Pilfrey? Raucht ihr den? What the fuck is going on? Oh, 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 oh! What the... Okay, okay. Oh my god, finally I'm free, thank god! What a nightmare! Listen, can you pull the inhibitor chip out of me? It's the metal thing stuck in me, just pull it out! What the fuck is that? Oh, that feels so much better, thank you. Yeah, sorry about the spit. I needed to get you infected with the translator microbes. That's sort of how it works. I guess you guys don't have those here yet. Listen, my name's Kenny. I'm a Gatleon. We gotta kinda, we gotta move. What is it? Is it talking to you? Maybe we should go back to the house. Ignore her! It's very important that you listen to everything I say! Okay, it is your lucky day right now. We can survive this together, if you just listen to me. The G3 guys are gonna turn your whole species into drugs. Can you handle a gun? Because I'm a kind of a gun? And if you don't use me to kill those G3 grunts? You know, they're gonna fucking kill us! Fuck yeah, there we go! Moment, die wollen uns rauchen! Moment, Mom, I'm so glad you picked me up! Let's keep going! Not bad, Alien! Not bad at all! Let's head to that base! Moment, Mom, I'm an Alien! Du bist an Alien! Ich hab die ausgezogen! Okay, let's just clean house and wharf out of here! Wow, 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 wow! Ich hab die irgendwie nackt gemacht! You had to kill them, right? It was either them or you. And me as well. And I would prefer to live. You know, and I have a voice here. I have a choice in this. Oh shit, it's a mercant! They're tougher! The Warp Drive should be at the top! That's where it always is and shit like this! Just keep going! Keep going up, to the top! What the fuuuu, alter! Yikes! Now grab the Warp Drive! We'll use this to warp the hell off this doomed planet! Sorry, no offense. I don't mean to upset you, but yes, your planet is doomed right now. Okay, listen, don't worry about the beeping. The beeping's fine. It's just, it's gonna blow up soon. What? We just need to plug this thing into power! Do you have something back here, huh? You know, do you live in one of these hubs around here? Take us there! We gotta move! We gotta move, move, move! Listen, bring me up close to your face, you can aim better! Perfect, perfect, what? What? You're doing great, by the way! Oh, I'm proud of you! Do you need some more encouragement? You're up! 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 And now, I'm out! Okay, warte, warte, warte. Er will ne Mikrowelle. Hier ist ne Mikrowelle. Und jetzt? Holy Scheutz! If you have, you are now officially the property of the G3 Cartel. Alright, it's go time. Let's get out of here. Wait, get out of here? Where are we going? To find somebody who can help. You ever been to the big city? Because you're about to, except that it's a space city. It's a huge space city and you're going to be out of your element. And you better just follow my lead. What? What just happened? Looks like we made it. Welcome to Blim City! Did you just warp our entire house to another planet? Yeah, keep up! We'll be safe here. Now take me outside! Whoa, whoa, you're just going to leave me here in, in what, space? Are we, are we in space? Yeah, sorry, I know you're a bit shaken up, but you'll be fine. It's better than getting enslaved by the G3. Trust me. I guess that's true. How the hell are we going to get back to Earth? Uh, we can't. That was a one-way trip. We don't have the coordinates to your planet. Then what about our parents? And everyone else? Look, we left because we're trying to save them. That's why we need Gene. So, so can we please go find him? Okay. Yeah, good. Okay. So, this is Blim City. Not bad, huh? I don't know how we're gonna find Gene though. Let's just ask around. There's all kinds of aliens out here. Let's just ask. He is famous. Ich muss sagen, es ist ziemlich intensiv. Alles ist sehr, sehr intensiv. Hey, we're looking for Gene Zeruthian, the bounty hunter. Any idea where he might be? Who? No. Do you know how many freaking people live here? And you expect me to know, this is, this guy? No. Oh, no, of course not. Okay, not everyone's gonna be helpful. Hey, we're looking for Gene Zeruthian. I'm not sure, maybe you could help. Oh, I wish I knew where he was. He owes me like 300 Pesos. Huh, that doesn't sound like Gene Zeruthian to me. Pesos? Echt jetzt? So was haben die hier? Excuse me, do you have any idea where Gene Zeruthian is? What? That's my name. I'm Gene Zeruthian. But why would you... Oh, wait. You're probably thinking of the famous bounty hunter with the same name as me. Sorry. I'm just some loser accountant. Oh, man. Oh, that's not good. Oh, okay. Oh, es tut mir leid, Alter. Er ist ein Loser und kein... Famous bounty hunter. Also, ich find, der hier sieht richtig informiert aus. Hey, excuse me, does the bounty hunter Gene Zeruthian live around here? The bounty hunter Gene Zeruthian? Ha, you must be confused. Please go. What did you mean by that? Keine Ahnung, der Typ ist verwirrt. Merkst du doch? Der ist total durch den Wind. Was ist das hier? Ey, es sieht so crazy aus. Aber es gefällt mir. Es sieht geil aus. Was zum Geier? Und ich lade nach, indem ich dir einen runterhole? Ha. Crazy. Okay, wir können auch ein bisschen sprinten. Das ist schon mal gut. Das wird ziemlich wild. Ist das so eine Art Hub-Welt? Und wir kommen dort immer wieder zurück? Moment, er ist obdachlos, aber legendär. Und irgendwo auf einer Bank. Äh, hier vorne sind's. Bank, äh. Yo. Oh. Hallo? Get away. Don't take my shit. Oh my god. It can't be. What do you want? You're not the famous bounty hunter Gene Zeruthian, are you? Who's asking? You're, you're really Gene. Yeah, I'm really Gene. That's me, like on the ads. Disappointed? Guess how I feel. Uh, okay, well, whoopsies. Huh. We were gonna ask for your help fighting the G3 cartel, but... Kid, do I look like I can help anyone? I just got evicted. I don't even have a goddamn home. Can, can you point us in the direction of, you know, a, a, a bounty hunter friend that's still working, you know, still has their legs? Ho, 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 ho. Look at that nice house. God damn. Where'd that come from? That's a great fucking house. You see that house? Huh? Oh, yeah, I do. Yeah, that's this hairy alien's house. The one holding me. Ah, damn. Can't stop looking at that beautiful house. Yeah, okay. The gears are turning. Maybe I can help you. You can? But you just said... Maybe the... Yeah, 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 yeah. I said I'd help you fight the... Who'd you say? The G3 cartel? Oh, yeah. Come on, that's crazy, but... Okay, whatever, whatever. Yeah, 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 sure. We'll kill them all. Easy. I've got a fully operational bounty suit in my cart over there. Really? That's convenient. Yeah, I could turn that hairy kid of yours into a true blue bounty hunter. But if they die, I want the house. Yes, that's the trade. Are you sure? I don't think they've even fired a gun before today. And wait, you want the house in return? Yeah. This is a great deal for you. I mean, you get all my old bounty hunter shit, and I might get a house. I don't know. Enough talking. Just be a gun for a second. You, hairy kid. Put on the suit. See how you feel. Then make a decision, yeah? I can always just pawn this shit off. Okay, go ahead. Try it on. What choice do we have? Wow, you look great, kid. A natural. Definitely not going to die on your first bounty. All right, I guess we'll give it a shot, but I don't know about this. Oh, yeah, shit. It's still in trial mode. I pawned off the activation license. The ticket should be in one of your pockets. Some loose change, too. Should be enough. Take that down to Mr. Keeps Porn Shop, and he'll get you all set up. The suit will help you get there. Hey there, Gene Zaruthian. It's me, Sudo, your helpful bounty hunting assistant. Before I enable mobility, I just need to make sure your info scanner is online. Can you go ahead and give the area a quick scan for me? All right. Great job. I've identified your current objective. Perfectimundo. Everything is in working order. Mobility unlocked. You are free to move, Gene. All right. I'll get things set up at your house while you're gone. Moment, der geht jetzt schon in mein Haus? Alter, ich bin ja noch nicht tot. Was? Ärzte hassen ihn. Er weiß nicht, warum. Und er will nur, dass sie aufhören, ihn jeden Tag zu töten. Bitte töte mich nicht. Ich weiß nicht. Was ich falsch gemacht habe. Dieser Kerl. Ich werde dich heiraten. Ja, bitte. Was? Pferdepenis? Mailware. Milfs. In deiner Nähe. Oh mein Gott, ist das gut. Oh Mann. Pferdepenis 2.0. Hey. Uns ist aufgefallen, dass du einen Standardbrowser noch nicht gewechselt hast. Du hast einen Standardpenis. Jetzt hol dir endlich mal einen Pferderiemen. Tu der Welt einen Gefallen, yo. Warte, wo müssen wir hin? Hier. Mach die weg. Kann ich hier nach oben? Du kannst dich nicht sehen? Sorry. Ich erwarte, Gene zu sein. Ich habe nicht gedacht, Gene zu sein. Alter, ich kriege die Dinger nicht mehr los. Was ist das, Freak? Jorb, greet the customer properly. Welcome to Mr. Keep's Dipshit. We're your friendly neighborhood podge. Kann ich buy something or don't? Nobody even cares. Jorb! Oh, so old Zaruthian doesn't feel like pawning his license key anymore. What? Did he win the sweepstakes? Ha! Okay, so you want this license key. But, but it's really nice. Ach ja, er ist irgendwie ganz, ganz... Moment, ich kann gar nicht Nein sagen. Ja gut, du bist ja auch ein ganz Süßer. That was the best choice you could have made. Alright, bye bye now. I'll be back. A bunch. Whoa, not bad. It's got your vital readings, armor levels, even my biometrics. Gene really came through, didn't he? I told you he'd be great. Perfect. Just what this galaxy needs. Another good for nothing bounty, Honor. Out of my store. Out of my store. Was ist das denn hier? Trommel. Nicht bezahlbar. How's that mother yours, George? She sucks. Come on now, that's no way to talk about... Okay, ich kann hier Kram kaufen. We got some good stuff to sell. But not everything. Some of it is mine! Will ich was kaufen? Roboterarm kaputt. Gibt's hier dieses, dieses Masturbier-Spielzeug von, von Morty? Wo er dann irgendwie schwängert und so ein brutales Alien-Wesen aus Versehen zeugt. Das ist ja diese Sex... Diese Sexpuppe. Und dann check in with Gene. You'll find it. You'll figure it out. Hey, well don't shoot the hookbug. That's probably somebody's pet. Der weiß sicher nicht. Hey, I don't know if you do that. Try hitting the button on your screen. I can't see the name of the button, because I have no fucking clue, what kind of controller or keyboard you're using. Gibt's hier irgendwas cooles? Ich bin mal gespannt. Wir kriegen ja da noch andere Waffen, die auch reden können. Alles klar, Kumpel. Also ja, ich bin wirklich gespannt auf das Spiel. Ist schon mal crazy. Wird wahrscheinlich den meisten Menschen wieder nicht gefallen, weil's halt kein Standard-Kram ist, der Humor zu anspruchsvoll ist. Ihr wisst ja, wie's läuft. Ihr bekommt was Neues, Innovatives, Abgedrehtes, Einzigartiges, die Leute sagen nur, nee. Mach mal lieber Assassin's Creed. So auf die Art. Es ist halt so. Was willst du machen? Gut, wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und tschüss.